xmorph defense also ich habe meine erste map gebaut und zwar habe ich tournament island gebaut das ist von command & conquer meine lieblings map und ja ich habe versucht das original wie möglich nachzubauen und ich würde sagen dass es mir beinahe gut gelungen naja abgesehen von den boten die gab es da nicht aber die habe ich als kleines extra mit reingehauen und ja ist auf jeden fall ein geiler mix also ich finde diese beiden spiele die passen sehr gut zusammen panzer helikopter bomber das passt haben beide außer außerirdische er ist ja auch egal ich werde den editor und die map natürlich freigeben so dass ihr die leute zumindest die das spiel xmorph defense spielen die können dann auch alles verändern und ja dann das schwieriger machen oder auch nicht bosse rein tun was auch immer ich selbst habe hier zehn wellen rein getan kenne mich nicht so gut aus aber ich werde demnächst wenn ich dann eine neue map baue vielleicht ein paar kleine extras einbauen macht auf jeden fall spaß zu bauen und jetzt weiß ich auch warum alle minecraft spielen ja und ja dann wünsche ich auf jeden fall viel spaß damit ich hatte auf jeden fall mein wohooo